Prinzessin Kate, nächster Auftritt in Wimbledon geplant? Erstes Statement spricht Bände. Kürzlich absolvierte Prinzessin Kate ihren ersten öffentlichen Auftritt, seitdem sie sich nach Veröffentlichung ihrer Krebsdiagnose zurückgezogen hatte. Wird die Ehefrau von Prinz William sich jetzt erneut beim anstehenden Wimbledon-Turnier zeigen? Prinzessin Kate, Teilnahme an Wimbledon? Deutliche Worte. Wird sich Prinzessin Kate, 42, schon bald erneut in der Öffentlichkeit zeigen? Ihre Fans hoffen zumindest, dass die 42-Jährige auch in diesem erneut beim renommierten Wimbledon-Turnier zu sehen sein wird? Schließlich ist Karte selbst ein begeisterter Tennis-Fan und gilt seit Jahren als Testar-Gast des Events. Doch nicht nur das. Als Schirmherrin des All-England-Lon-Tennis-and-Croket-Clubs überreicht die Ehefrau von Prinz William traditionell die Siegertrophäen. Auch in diesem Jahr, Deborah Jewans, die Vorsitzende des All-England-Clubs veröffentlichte gegenüber der Dell-Griff ein eindeutiges Statement. Wir hoffen, dass Karte als Schirmherrin des Clubs die Trophäen überreichen kann, aber ihre Gesundheit und Genesung haben Priorität. Wir haben gesagt, dass wir mit Karte zusammenarbeiten und ihr so viel Flexibilität wie möglich geben werden. Wimbledon-Turnier – kein Ersatz für Prinzessin Kate Ähnlich wie bei Trooping the Color wird die Öffentlichkeit wohl erst in letzter Minute von einer Teilnahme der Prinzessin an dem berühmten Tennis-Turnier erfahren. Der Palast hält sich über eine mögliche Teilnahme an öffentlichen Terminen von Karte ziemlich bedeckt minus. Offenbar fürchte die Monarchie eine kurzfristige Absage der Prinzessin, falls es ihr plötzlich doch schlechter gehen sollte. Karte selbst zeigte sich kürzlich via Instagram optimistisch und verkündete, dass sie hoffe im Laufe des Sommers einige öffentliche Auftritte absolvieren zu können. Deborah Jewans betonte jedenfalls, dass sich der Vorstand über einen möglichen Ersatz von Prinzessin Kate erst zu gegebener Zeit Gedanken mache wolle.